so Leute herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Let's Play, das ist jetzt das 8. Und es tut mir sehr leid mit der Aufnahme und alles, das Ding ist einfach, das war nicht die Vollversion, was ich euch gesagt habe, Screenflow, das war die Freeware und die Vollversion, die kostet 70€, ich gebe bestimmt jetzt keine 70€ aus, es gibt noch Frats, das gibt es glaube ich bloß für Windows, das geht ja, der Preis, 20€, das geht ja, aber ich spiele jetzt erstmal hier mit QuickTime Player Pro, also ich muss jetzt mal die kleinen Lags mit hinnehmen, tut mir leid, aber ja, ich denke jetzt einfach die 8. Folge gibt es jetzt nicht, denn es wurde mit Screenflow gespeichert, das kann ich jetzt nicht umwandeln und nicht hochladen, wegen dem Wasserzeichen, weil es war die Freeware und ja, nehmt es mal bitte so hin Leute, im Hintergrund ist die Musik, von KSC Beats 224, 128, 125, äh Nummer 120, 125 und 125, T-Scam geht es demzufolge auch nicht, das Ding ist einfach, ich muss das einfallen lassen bald, also wenn ich es einfach so hin, ich weiß nicht wie viele Folgen ich jetzt noch nicht QuickTime Player Pro spiele, aber ja, es geht es leider, wie gesagt, nicht anders, was habe ich letztens gefunden, ich habe hier angefangen mit dem Hausbau, mit dem Grundfluss auf jeden Fall und ja, wir gehen natürlich wieder runter abbauen, letztens habe ich auch Diamanten, Gold und Redstone gesehen, so, die Treppe, die lassen wir hier, ja, das machst du dann alles später, ne? so, jetzt habe ich jetzt noch eine Hacke, zack, ich nehme jetzt einfach, ich gehe jetzt mal kurz Holz abbauen, ich brauche nämlich ein paar Stöcke für ein paar Hacken und so, ja, das fänden jetzt scheiße jetzt, na auf jeden Fall, das machen wir jetzt und tun das Haus, bauen, also ja, rechts und links im Grund, weshalb die Mauern da, und unten in der Höhle holen wir Rohstoffe, auf jeden Fall, ja, na ja, wenigstens klappt das mit der Musik jetzt, also konntest du jetzt hören, es läuft jetzt direkt über einen Laptop und nicht über, über Sandy, das klappt es wenigstens, also, ja, wegen Aufnahmen wir müssen mal gucken, so, jetzt haben wir erstmal genug hier, jetzt brauchst du noch Steine, 64 müsste reichen, ne? So, zack, bam, bam, das machen wir erstmal, zwei, Steinspiel zacken, eins, zwei, zwei, wenigstens macht die Musik gute Laune, Schaufel, eins, zwei, drei, vier, und jetzt machen wir noch die Steine mit eins, zwei, drei, vier, wo die rechte jetzt, ne? Ich weiß nicht, ich muss mal hier rein, ich sortier das später, Leute, also, ja, ich sortier das später, also, ja, ich sortier das später, also, keine Sorge, das wird trotzdem gemacht, nicht, keine Sorge,ぁ, also, knapp drei, zehn, fünf, fünf, drei, fünf,acie und da ist noch hier genau noch nie einig, auch mal, oder? Er ist noch jungen, ein paar Boão für Whichis, die Sachen zur belangenen K Es ist sogar noch frei und es ist sehr sehr schön. So, jetzt gehen wir erstmal runter und gucken, von der mal gucken. Also ich habe jetzt bis ganz oben gegraben, da habe ich halt noch eine Höhle gefunden und Lava. Und hier fliegen auch manchmal viele Mäuse rum. Gut jetzt, haha, haha. Ich zeige euch kurz mal hier, hier will ich nicht runter fliegen, da unten ist Lava also. Da unten Redstone, ich muss später mal Eisen abbauen, damit ich Redstone hier abbauen kann. Und da hinten sehe ich Lava und Diamantin. Ich gehe jetzt mal hoch, mal gucken. So, es ist jetzt sehr dunkel, ich hoffe ihr seht hier die Treppe wenigstens. Ich gehe mich immer mal hier irgendwo reingraben, seitlich, vielleicht finde ich hier Eisen, ne. Das wird halt ein riesenacken. So, ich grabe mich jetzt irgendwie mal hier rein. Vielleicht finde ich ja Höhlen, die Dunkelsonne oder irgendwas. Die Seite von der Treppe heißt. Vielleicht drauf immer mal irgendwo, ich glaube ich da rein und gucke, ob ich das finde. Oh, ach ne, ich dachte, da geht's bergab, Leute. Ja, ja. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine kleine Höhle. Oi. Und hier geht's weiter. Lass mal kurz kurz was gucken. Nur mal rum, damit ich weiß, wie lange die Aufnahme noch geht. Was sind die 100 Zimmern? Ach so. Ja, wie läuft das zu einer der 120 dann? Muss halt gucken wir in der Zeit kurz. So, Trafikeinstellung. Vollbild on. So. Weiter geht's. Also wie gesagt, ich baue nun erstmal Holz ab und dann tun wir erstmal die Randfläche so vergrößern. An der ich glaube, wir noch eine Kiste bauen. Und zwar, also im Keller tun wir später auch bauen natürlich. So, ich mach noch eine Küste am Start. Also ich baue noch eine Küste oder so. Steine, dann kommen wir jetzt hin, schließen wir hier rein und raus. Ich ziehe. Ach, scheiße. Ich muss Holz ab und dann gehen. Diese Holz ab und dann gehen. Blümchen, Blümchen, Blümchen! Wie gesagt, wegen dem Aufnamenprogramm, schreibt mal rein wegen Intros, was für Programme benutzt ihr da? Beziehungsweise Gratisprogramme, schreibt mal den Link rein oder wegen Minecraft-Server, welche Minecraft-Server gibt es, könnt ihr auch mal die IP oder so reinschreiben halt den Namen und dann schreibt halt mal rein, welches MIG ihr verwendet und welches Programm jetzt zur Aufnahme von Minecraft verwendet, also Musik haben wir jetzt schon mal gute mehr, also eigentlich schon krass Beats, finde ich, auf jeden Fall, äh, ja, das machen halt einige rein, zack, 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 der Beats-Legendär, den kann man du zum Wetten benutzen, der kann nur du von Hitbeats sein, aber das ist ein KST-Beats, der ist schon Legendär, als Kollegah findet da locker drauf, Weapon drauf, könnte ich wetten, scheiß drauf, sechs Kissen, gleich auf jeden Fall, äh, jetzt, ich mach's jetzt einfach mal, ich mach die Kiste kaputt, weil die stört, sie steht echt im Weg, das, ich muss mal überlegen, ich mach einfach, ich stell dir jetzt mal ne Seite her, ohja, passt gar nicht an das ein, so, erst mal Tschüss zu haben, ja, also, zwei, also, der bietet das echt Legendär, auf jeden Fall, ähm, so, tür mal gleich um, 2 2 2 3 5 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 6 5 7 9 10 5 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 6 6 7 7 9 10